Hi, willkommen zu einem neuen Part. Ich möchte direkt vorab sagen, ich weiß, am Anfang vom ersten Part, von dieser ganzen Story, habe ich schon eine Trägerwarnung ausgesprochen. Jetzt nochmal eine, weil dieses Kapitel für mich dann doch auch selber ein bisschen heftig war, weil es um Kindesmissbrauch ging. Ihr müsst selber für euch einschätzen, ob ihr dieses Kapitel hören wollt oder nicht. Allen anderen wünsche ich dir mal sehr viel Spaß beim Hören. Einen schönen Sonntag euch! Kapitel 4 Sie glitt so unvermittelt in Snapes Geist, dass es sich anfühlte, als würde das Eis auf einem zugefrorenen See unter ihr nachgeben. Ihr Herz machte einen Satz, sie ließ sich auf ihren Stuhl zurückfallen. Es hatte kein Knacken gegeben, das hätte sie warnen können. Bevor sie dazu kam, sich in seinem Geist zu orientieren, wurde Hermine von etwas mitgerissen. Erinnerungsfäden rauschten verschwommen an ihr vorbei und schon jetzt fiel ihr auf, dass einige davon anders aussahen, als sie es kannte und vor allem anders, als es in der Literatur beschrieben war. Sie waren tiefrot, verknotet, pulsierend, wirbelten durcheinander und strebten auf sie zu, während der natürliche Impuls es doch immer war, Erinnerungen von Eindringlingen fernzuhalten. Gerade in Snapes Geist hätte sie mit einer noch extremeren Variante dieses natürlichen Impulses gerechnet. Sie wurde aus ihren Überlegungen gerissen, als das, was sie mit sich gezogen hatte, urplötzlich stoppte und sie in etwas hineinstieß, das wie ein schwarzes Loch aussah. Hermine bemerkte es erst im Bruchteil einer Sekunde, bevor sie auch schon hineintauchte, weil diese andersartigen Erinnerungen sie so sehr abgelenkt hatten. Sie versuchte noch, sich dagegen zu wehren, aber es war zu spät. Es war komplett dunkel um sie herum, still. Und obwohl sie einige Herzschläge lang angespannt wartete, passierte nichts. Hallo? fragte sie vorsichtig. Eine Antwort bekam sie nicht, aber irgendetwas war da, irgendetwas war zu hören, ein leises Scharren. Ihr fiel kein passenderes Wort ein, wenn es jedoch nur nicht so dunkel wäre. Und noch während sie das dachte, wurde es auf einmal heller. Hermine hielt Ausschau nach der Lichtquelle und es dauerte einen Moment, bis sie bemerkte, dass sie selbst die Lichtquelle war. Ihre Existenz in Snapes Geist gelüht in einem warmen Gelbton. Sie betrachtete sich verwundert. Anscheinend stimmte es, was man sagte. In der Vorstellung war alles möglich. Also bemühte sie ihre Vorstellung ein weiteres Mal und brachte das Glühen dazu, von ihrer Existenz hinunterzutropfen und einen kleinen Ball zu bilden, den sie hinaufschickte zu... was auch immer das hier war. Es wurde noch etwas heller und Hermine sah sich um. Auf der anderen Seite dieses ehemaligen finsteren Orts sah sie etwas... einen dunklen Fleck. Je näher sie diesem Fleck kam, desto mehr Details schelten sich daraus hervor und als sie nur noch ein paar Schritte entfernt war, erkannte sich Snape. Er saß auf dem Boden, die Beine dicht an seinem Körper gezogen, die Arme vor den Schienbeinen verschränkt, die Stirn auf die Knie gelegt. Wäre sie nicht in seinem Geist gewesen und hätte sie nicht seine Statue und die schwarzen Haare erkannt, wäre sie niemals auf die Idee gekommen, dass das Snape war. Aber niemals zuvor hatte sie ihn in eine solche Position gesehen, regelrecht zusammengekaut auf dem Boden von... etwas. Da Snape so aussah, wie er auch außerhalb seines Geistes aussah, stellte Hermine sich vor, dass sie in ihrem normalen Gestalt hier bei ihm stünde und als sie an sich herabblickte, sah sie, dass es funktioniert hatte. Nun tat sie also noch einen richtigen Schritt auf ihn zu und sagte... Mr. Snape? Keine Reaktion. Und nochmal etwas lauter. Mr. Snape! Wieder keine Reaktion. Sie wagte es nicht, noch näher an ihn heranzutreten, geschweige denn, ihn zu berühren. Claire hatte das sehr deutlich gemacht. Sie musste vorsichtig sein. Hermine zögerte, biss sich auf die Unterlippe. Dann... Severus? Der Mann zuckte zusammen und hob den Kopf gerade so weit, dass er mit den Augen über seine Knie hinweg zu ihr schauen konnte. Wer bist du? fragte er mit einer Stimme, die schon lange nicht mehr benutzt worden war. Hermine schluckte. Ein schweres Gewicht sank auf ihre Brust. Ich bin es, entgegnete sie schließlich heiser. Hermine Granger! Wieder zuckte Snape zusammen, aber weniger heftig dieses Mal. Die Augen verschwanden und errieb sich seine Stirn am linken Knie. Miss Granger, hörte sie ihn dann mehr zu seinem Schoß sagen. Hermine schob sich noch ein Stück näher an ihn heran, und weil es nicht so aussah, als ob er bald aufstehen würde, ging sie vor ihm in die Hocke. Sie musste den Drang niederkämpfen, ihn zu fragen, ob es ihm gut ging. Offensichtlich ging es ihm nicht gut. Sie musste auch den Drang niederkämpfen, ihn zu berühren. Er hatte sich in diese letzte Ecke seines Geistes zurückgezogen, um sich zu schützen. Berührungen waren zu riskant. Schließlich räusperte sie sich. Mr. Snape, können Sie mir sagen, was passiert ist? Wieder sah er sie an, und als er bemerkte, wie nahe sie ihm hingekommen war, lehnte er sich von ihr weg. Er schüttelte sehr langsam den Kopf. Hermine verzog das Gesicht und überlegte einen Moment. Können Sie es mir zeigen? fragte sie dann. Sie sah, wie der Griff um seine Arme sich festigte. Seine Nägel wurden weiß, die Sehnen im Handrücken traten deutlich hervor. Die Erinnerung ist irgendwo da, antwortete er angespannt und deutete mit dem Kopf auf das, was außerhalb seiner Insel lag. Darf ich sie mir anschauen? Snape verengte ein bisschen die Augen, musterte sie. Dann nickte er, genauso langsam, wie er vor, den Kopf geschüttelt hatte. Hermine lächelte kurz. Einzig, dass sie ihn wieder alleine lassen musste, wenn sie die Erinnerung suchen wollte, machte ihr Sorgen. Darf ich danach wieder herkommen? Wieder dieser prüfende Blick, dann das Nicken. Sie wollte sich schon erheben, da fiel ihr Blick auf den Lichtball, der über ihnen schwebte. Und darf ich ihnen das Licht hier lassen? Snape folgte ihrem Blick und kniff die Augen zusammen, als hätte er das Licht erst in diesem Moment bemerkt. Er nickte erneut. Okay. Hermine stützte sich mit einer Hand auf dem Boden ab und stand auf. Ich werde wiederkommen und ich tue alles, was ich kann, um ihnen zu helfen. Sie wollte sich schon umdrehen und den Schutz dieser kleinen Insel verlassen, als Snape noch was sagte. Sind sie es, die ich seit einer Weile hören kann? Hermine spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg, sowohl hier als auch in ihrem realen Körper. Ja, das bin ich. Ich habe ihnen vorgelesen, damit sie sich nicht zu einsam fühlen. Insgeheim wartete sie darauf, dass er sie aufforderte, damit aufzuhören. Aber das tat er nicht. Können Sie damit weitermachen? Sie spürte sich aufatmen, obwohl ihr nicht bewusst gewesen war, dass sie die Luft angehalten hatte. Ja, natürlich. Verstehen Sie, was ich Ihnen vorlese? Nein. Ich höre nur. Sie schluckte. Okay. Snape senkte den Kopf zurück auf die Knie und sah aus, als hätte er sich nicht einen einzigen Zentimeter bewegt. Hermine wandte sich ab und kehrte zurück in den Bereich von Snapes Geist, in dem diese sonderbaren Erinnerungen waren. Sie tat es auf die gleiche Art, auf die sie ihn verlassen hatte. Sie trat einfach durch die Grenze, als gäbe es sie nicht. Es waren seine Grenzen, nicht ihre. Und es waren seine Erinnerungen, die plötzlich auf sie zuströmten, als wären es Motten und sie das Licht. Hermine fühlte sich so bedroht davon, dass sie sich einen Schutzschild um sich herum vorstellte, der die Erinnerungen auf Abstand hielt. Wie sollte sie hier die Erinnerung finden, die ihre Frage beantworten konnte? Sie verzweifelte ratlos zwischen den Erinnerungen. Da spürte sie plötzlich wieder dieses Ziehen. Sie wusste nicht, was es war, aber es riss sie quer durch das Gewimmel der pulsierenden Erinnerungsfäden und noch weiter darüber hinaus. Dann ließ es sie los. Vor ihr schwebte ein einzelner Erinnerungsfaden. Er sah im Gegensatz zu vielen anderen Erinnerungen hier völlig normal aus. Weiß, ein bisschen faserig und vor allem leicht abgestoßen von ihrer Anwesenheit. Dankeschön, murmelt Hermine langsam in Snapes Geist hinein. Dann öffnete sie ihren Schild für diese Erinnerung und tauchte sofort komplett hinein. Sie steckte in Snapes Körper. Sie sah, was er sah. Sie hörte, was er hörte. Sie fühlte, was er fühlte. Und er fühlte sich beklommen. Hermine konnte das gut nachvollziehen, denn anscheinend war er in Asgaban, glücklicherweise auf der richtigen Seite der Zellentüren. Er folgte einem Zauberer quer durch die Gänge, stieg mehrere Treppen hinauf. Ist er dauerhaft hier untergebracht? hörte Hermine jemanden fragen und begriff erst verzögert, dass es Snape gewesen sein musste. Seine Stimme klang so anders, wenn sie sie mit seinen Ohren hörte. Der Zauberer, der vor ihm herging, sah ihn kurz an. Auf einem Namenstild auf seiner Brust konnte sie den Namen T. Rogers erkennen. Nein, Mr. Snape, wir haben ihn vor zwei Tagen her verlegt, damit er gesprächsfähig wird. Kurz darauf blieb er vor einer Zellentür stehen, schloss sie auf und wünschte Snape viel Vergnügen. Snape betrat die Zelle und Hermine beobachtete durch seine Augen, wie die Tür hinter ihm geschlossen wurde, hörte durch seine Ohren, wie der Schloss knackte. Dann drehte er sich um und was Snape nur tief Luft holen ließ, erschreckte sie. Auf einem niedrigen Bett an der gegenüberliegenden Wand saß Lucius Malfoy. Oder vielmehr das, was von ihm übrig geblieben war. Er war abgemagert, die Haut gräulich, die Gefängniskleidung zerschlissen und dreckig. Sie hatten ihm die Haare kurz geschnitten. Er hatte sich schon lange nicht mehr rasiert. Wären nicht die kalten, grauen Augen gewesen, hätte Hermine ihn wohl nicht wiedererkannt. »Was willst du von mir, Lucius?«, fragte Snape und Hermine spürte den Widerwillen, mit dem er hergekommen war. Etwas, das vielleicht ein Lächeln sein sollte, verzog die aufgesprungenen Lippen Malfoys. »Ich freue mich auch, dich zu sehen, Severus.« »Kommt zum Punkt,« knurte Snape ungeduldig. »Ich habe nicht vor, länger als nötig hier zu bleiben. Mir ist ohnehin nicht klar, wie du es geschafft hast, dass sie mich einbestellen.« »Geld ist hilfreich. Irgendjemand lässt sich immer bestechen. Aber wo du es schon ansprichst, auch mein Aufenthalt hier neigt sich dem Ende entgegen.« Er begann zu husten, feucht und gurgelnd. Hermine spürte, wie Snape innerlich erschrak. »Sie lassen dich frei?« Sie wusste, dass das nicht der Grund war, noch bevor Lucius antwortete. Er sah aus, als stünde er dem Tod näher als dem Leben. In diesem Moment lachte er freudlos, hustete wieder, schüttelte den Kopf. »Nein, Severus, ich sterbe.« Snapes Herzschlager riet kurz aus dem Takt. Er schluckte. Malfoy beobachtete ihn sehr genau, aber Hermine konnte nicht erkennen, ob er gemerkt hatte, dass diese Nachricht etwas mit Snape gemacht hatte. Seiner öligen Stimme war nichts davon anzuhören, als er fragte, »Hast du etwa Angst, Lucius?« Malfoy schnaubte. »Mach dich nicht lächerlich. Seitdem Draco gestorben ist, gibt es nichts mehr, das mich in diesem Leben hält.« »Ist das so?« fragte Snape. »Warum hast du es Narcissa dann nicht gleich getan und dich noch vor dem Ende des Krieges umgebracht? Warum hast du dann deinen Prozess ewig in die Länge gezogen?« Malfoy hustete rasselnd und spuckte blutigen Schleim auf den Boden. »Deinetwegen«, krächzte er. Snape runzelte die Stirn. »Was habe ich damit zu tun?« »Du hast dich die ganze Zeit geweigert, mich zu treffen. Hast du meine Briefe, in denen ich dich darum bat, überhaupt gelesen?« »Nach dem ersten nicht mehr«, entgegnete Snape gleichmütig. Malfoy schüttete langsam den Kopf. »Was hast du gedacht, Severus?« »Dass ich dich umbringe, weil du ein Spion warst?« Er wartete einige Sekunden ab, aber als Snape nicht reagierte, fuhr er fort. »Es gibt etwas, das du wissen musst. Ich wollte es dir schon damals sagen und ich wollte dir helfen. Aber nachdem du dann derjenige warst, der für meine Inhaftierung gesorgt hat, habe ich meine Pläne geändert.« Ein Wort ging Snape durch den Kopf. »Verita, Serum.« Aber er sprach es nicht aus, verlagerte nun das Gewicht von einem Bein auf das andere. »Was willst du, Lucius?« Malfoys Kiefer malten, aber dann stieß er scharf die Luft durch seine Nase und sagte, »Erinnerst du dich an die Zeit nach dem Tod von Harry Potters Eltern, Severus?« Wieder zog der Snape innerlich zusammen, und auch Hermine war überrascht. »Harrys Eltern?« »Natürlich«, entgegnete Snape in diesem Moment. »Ja,« murmelte Malfoy langsam, »aber nicht an alles.« »Wovon sprichst du?« Malfoy sah ihn direkt an, und während diese kalten grauen Augen Hermine das Blut in den Adern gefrieren ließen, reagierte Snape ganz anders darauf. Es fühlte sich an wie Wehmut, als hätte er diesen Blick mal mit etwas Positivem verbunden, und jetzt nicht mehr. »Du bist vollkommen zusammengebrochen nach dem Tod des kleinen Schlammblots. Nenn sie nicht so!« »Warum sollte ich nicht? Du hast es doch auch getan.« Snape schwieg, doch in ihm brodelte es. Hermine spürte einen so starken Verdruss, dass sie ihr den Atem raubte. »Jedenfalls«, fuhr Malfoy kurz darauf fort, »ging es dir wirklich so richtig schlecht danach.« »Das weiß ich.« »Nein«, rief Malfoy plötzlich laut. Während er bisher recht entspannt auf der Bettkante gesessen hatte, beugte er sich nun vor und stierte Snape wütend an. »Das weißt du nicht. Ich habe dafür gesorgt, dass du es nicht mehr weißt.« Hermine spürte, dass Snape den Impuls hatte, einen Schritt zurück zu weichen. Doch er tat es nicht. Das Einzige, was von diesem Impuls in seinem Körpersprache ankam, war sein Kopf, den er ein Stück nach hinten lehnte. »Was meinst du damit?« Seine Stimme klang gefährlich leise. »Du warst nach dem Tod bei mir. Und nachts fand ich dich auf dem höchsten Punkt meines Hauses. Du wolltest springen. So schlecht ging es dir damals.« Die letzten Worte schaffte er kaum auszusprechen, weil er wieder hustete. »Ich konnte das nicht zulassen.« Er warf Snape einen kurzen Blick zu, einem Blick, der nun Snape kurz den Atem raubte. »Ich habe es versucht, mit dir darüber zu reden. Ich habe versucht, dir Hilfe anzubieten. Ich habe versucht, dich mit einem Trank zu behandeln. Aber es hat alles nicht geholfen. Nicht genug.« Er verfiel in Schweigen und starrte einen Punkt auf dem Boden an, als wäre er in Gedanken wieder im Damals. So sehr Hermine Lucius Malfoy auch verabscheute, und das tat sie sehr, sie konnte sich nicht vorstellen, wie schrecklich es gewesen sein musste, einen Menschen, dem er zumindest eine gewisse Sympathie hingegen zu bringen schien, vom Selbstmord abhalten zu müssen. Sie empfand widerwillig Mitleid für ihn. »Und dann?« fragte Snape in diesem Moment ungeduldig. Malfoy hob langsam seinen Blick. »Dann habe ich mir angeschaut, bevor du so dringlich flüchten wolltest. Und ich verstand es.« Er verzog das Gesicht. »Ich kannte dich damals seit zehn Jahren, Severus. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass du sowas mit dir herumschleppst. Da war so viel Schmerz. So viel Angst. So viel Erniedrigung. Ich verstehe bis heute nicht, wie du überhaupt so lange funktionieren konntest.« Snape runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. »Ich hätte dir gerne anders geholfen, aber nichts anderes hat funktioniert. Also habe ich all die Erinnerungen genommen und sie in eine Ecke deines Geistes eingesperrt.« Es war still in der Zelle. Eine Sekunde lang. Zwei. Drei. Dann schoss Snape auf Malfoy zu und packte ihn am Kragen seiner Gefängniskluft, zog ihn hoch und drängte ihn neben dem Bett gegen die Wand. Malfoys Gesicht war auf einmal nur Zentimeter von Snapes und damit auch von Hermines Gesicht entfernt. Aus der Nähe sah er noch schlechter aus als von Weitem. »Du hast meinen Geist manipuliert!« fragte Snape mit so viel nun mühsam beherrschter Wut, dass Hermine für einen Moment befürchtete, er könnte Malfoy jetzt gleich umbringen. »Ja!« keuchte er. Ein Ausdruck aufrichtiger Verzweiflung huschte über Malfoys Gesicht. Auch Snape bemerkte ihn und ließ von Malfoy ab. Er drehte sich um und atmete ein paar Mal tief durch. Hermine spürte, wie die Wut abebte. Viel schneller, als sie es erwartet hatte. Sie fragte sich, ob es mit dem zu tun hatte, was Malfoy in seinem Geist angestellt hatte, oder ob Snape es gelernt hatte, seine Emotionen auf diese Art zu regulieren. »Und das konntest du mir nicht in einem Brief mitteilen?« er knackte mit seinen Fingern. »Solche Nachrichten überbringt man persönlich, Severus. Hast du keine Manieren? Außerdem hast du die Briefe doch eh nicht gelesen.« Aus dem Augenwinkel sah Snape, wie Malfoy sich seine Gefängniskluft glattstrich. »Ich hatte es dir gerne eher mitgeteilt, aber...« Seine Stimme verlor sich, in seinen Augen stand Enttäuschung. »Und jetzt muss ich es tun, denn wenn ich sterbe...« Er begann wieder zu husten. »Dann kommt alles wieder.« Vollendete Snape den Satz an seiner Stelle. Malfoy nickte. »Ja, genau.« »Du wirst Hilfe brauchen, Severus.« »Ich habe nicht mehr viel Zeit, und du dementsprechend auch nicht.« »Such dir jemanden, der bei dir ist, wenn alles zurückkommt.« »Ich hätte geplant, diese Erinnerungen mit dir anzugehen, sobald es ruhiger geworden wäre.« »Aber diese Möglichkeit hast du dir selbst genommen.« Hermine spürte die heftige Abneigung gegen diese Vorstellung. Dagegen und gegen eine weitere Anwesenheit hier in dieser Zelle in Azkaban. »Ist das alles?« schnarrte er, ohne Malfoy anzusehen. »Ja, das ist alles,« hörte Hermine ihn sagen. Snape wandte sich zur Zellentür und klopfte laut dagegen. Während er wartete, dass man ihn herausließ, drehte er seinen Kopf halb zu Malfoy um. »Lebwohl,« sagte er so leise, dass Hermine nicht sagen konnte, ob Malfoy es gehört hatte. Die Erinnerung verblasste. Hermine tauchte aus der Erinnerung auf und hatte sich noch nicht mal wieder in Snapes Geist orientiert, geschweige denn erfasst, was sie eben gesehen hatte, da spürte sie schon, wie sie in eine weitere Erinnerung hineingezogen wurde. Anscheinend hatte ein weiterer Erinnerungsfaden es durch ihren Schild geschafft und nur darauf gewartet, dass sie die andere Erinnerung verließ. Durch Malfoys Eingreifen in Snapes Geist waren diese Erinnerungen so lange weggesperrt gewesen, waren so lange ignoriert worden, dass sie nun vermutlich danach lächzen, von irgendwem gesehen zu werden. Und sei es von jemand Fremden. Hermine versuchte, sich aus der Erinnerung zurückzuziehen. Sie hatte von Snape nur die Erlaubnis bekommen, sich die Antwort auf das Warum anzuschauen, nichts anderes. Sie wollte sich nicht mehr anschauen als das. Dafür war ihr sein Vertrauen zu wichtig. Aber es ging nicht. Egal, wie sehr sie sich gegen diese Erinnerung wehrte, egal, wie sehr sie sie versuchte, Snapes Geist komplett zu verlassen, es ging nicht. Sie saß fest in dieser Erinnerung. Angst durchfuhr sie wie eine eiskalte Welle. Was wenn? Eine laute Stimme unterbrach ihre Gedanken. Ist jetzt gefällig, Spengel! Wieder sah sie durch Snapes Augen, hörte mit seinen Ohren und nahm seine Emotionen wahr. Und die Emotionen, die sie in dieser Erinnerung wahrnahm, waren stärker. Er hatte sie nicht unter Kontrolle. Sie waren, bitte nicht, Vater, kindlich. Hermine konnte nicht sagen, wie alt Snape in dieser Erinnerung war. Es saß an einem großen Esstisch, an der Seite rechts von ihm eine Frau von etwa 35 Jahren. Ihr Gesicht war schmal, sie blickte mürrisch drein. Sie kam Hermine vage bekannt vor. Dann fiel ihr der Zeitungsartikel wieder ein, den sie in ihrem sechsten Schuljahr ausgegraben hatte. Aileen Prince. Links von Snapes saß ein etwas älterer Mann. Selbst Hermine bekam Angst, als sie in das wütende Gesicht blickte. Die Augen waren ganz klein und sie blitzten gefährlich. Die Stirn war gefurcht von Zornesfalten. Der Mund verkniffen und die Lippen blass. Er hatte Snapes Nase. Jetzt lehnte dieser Mann sich mit beiden Händen auf die Tischplatte. So als würde er zum Sprung ansetzen, ließ Snape nicht für eine Sekunde aus den Augen. Trotzdem sagte der, ich habe keinen Hunger, was nicht der Wahrheit entsprach, wie Hermine spürte. Er hatte entsetzlichen Hunger, aber das Essen auf dem Tisch vor ihm egelte ihn so sehr, dass er lieber verhungert wäre, als es zu essen. Worum genau es sich dabei handelte, konnte Hermine allerdings nicht sagen. Entweder war es tatsächlich zu einem undefinierbaren Brei verkocht, oder diese Information war nicht relevant genug gewesen, um die Jahre zu überdauern. Der Mann, von dem Hermine vermutete, dass es Snapes Vater war, schlug mit der Faust auf den Tisch, dass das Geschirr klirrte. Es ist mir egal, ob du Hunger hast oder nicht. Iss! Snape zuckte zusammen und wandte hilfesuchend den Blick zur anderen Seite des Tisches. Sein Herz raste. Doch als Hermine durch seine Augen seine Mutter ansah, wusste sie sofort, dass er dort keine Hilfe finden würde. Es schien sie nicht nennenswert zu beeindrucken, wie ihr Mann mit ihrem Sohn umging. Mach es dir nicht so schwer, Severus, war alles, was sie dazu sagte. Dann nickte sie zum Teller. Snape sah wieder hinab auf sein Mittagessen und Hermine spürte, wie er sich ekelte und dass ihm ein Kloß im Hals saß. Je länger er das Essen anstarrte, desto schlimmer brannten seine Augen. Aber bevor er anfangen konnte zu weinen, platzte seinem Vater der Kragen. Zwing ihn, Aline! Wie soll ich das tun, hä? Schnappte Snapes Mutter zurück. Soll ich ihm die Nase zuhalten, damit er schlucken muss? Es ist mir egal, wie du das tust, brüllte er zurück und wurde dabei tatsächlich noch lauter, auch wenn Hermine nicht geglaubt hatte, dass das möglich war. Snape schrumpfte auf seinem Stuhl immer mehr in sich zusammen und wischte sich ungesehen die Tränen aus den Augen. Von mir aus zaubere es in ihn hier rein! Die Art und Weise, wie Snapes Vater das Wort Zauberer ausspie, verriet eine Menge darüber, was er davon hielt. Offensichtlich war er ein Muggel. Hermine hatte eine deutlich mildere, deutlich verständlichere Variante von ihrem eigenen Vater gehört, als ihre Mutter krank wurde. Zaubere sie doch einfach gesund! Hat er ihr aus seiner Macht und Hilflosigkeit heraus an den Kopf geworfen und sie sofort dafür entschuldigt, als sie ihre Tränen gesehen hatte. Snapes Vater entschuldigte sich nicht. Er reckte das Kind vor, als hoffte er insgeheim, dass er eine Grenze bei seiner Frau gefunden hatte. Aline kniff die Augen zusammen, was nicht nur Hermine bemerkte, sondern auch Snape. Und genauso wie Hermine wurde auch ihm in diesem Moment klar, dass er verloren hatte. Es ging nicht mehr um ihn, es ging um einen Machtkampf zwischen seinen Eltern und er war nur das Instrument, über das er ausgetragen wurde. Sie spürte, wie dringend er weglaufen wollte, sich aber nicht traute. Hermine spürte Snapes Verzweiflung und ihre eigene. Sie spürte sein Herzrasen und ihr Verlangen danach, sich zwischen ihn und seinen Eltern zu stellen. Stattdessen war sie dazu gezwungen, weiter mit anzusehen, was passierte und anzuhören und anzufühlen. Aline hielt den Blick ihres Mannes einige Sekunden lang Stand, dann zog sie ihren Zauberstab hervor und eine kurze Bewegung später spürte Hermine, wie Snapes Magen sich plötzlich ausdehnte. Der Teller vor ihm war leer und als ihm klar wurde, dass das, was vorher auf seinem Teller gelegen hatte, jetzt in seinem Magen war und dieses grauenhafte, volle Gefühl auslöste, überkam ihm der Ekel so plötzlich und so heftig, dass er sich direkt auf den leeren Teller erbrach. Du elende Missgeburt, schrie sein Vater ihn daraufhin an und sprang auf die Füße, sodass der Stuhl laut über den Boden polterte. Snape duckte sich unter dem Zorn weinend zur Seite und wischte sich über den Mund. Mach es nochmal, bevor Snapes Vater seine Mutter und ein paar Speicheltropfen flogen durch die Luft. Wozu, Tobias? Er hatte schon einmal ausgespuckt, willst du das nochmal sehen? Wenn es sein muss, entgegnete er fast gleichmütig. Du wirst es so oft in ihn hinein zaubern, bis er lernt die Arbeit, wer zu schätzen dich tue, um uns dieses Essen auf den Tisch zu stellen. Aline schnaubte. Entweder das oder ich prügele den Rest in ihn hinein. Sie schluckte und hob wieder ihren Zauberstab. Bitte nicht, Mom, flehte Snape sie unter Tränen an. Doch wieder sprach sie den Zauber. Wieder fühlte es sich an, als würde ein gewaltiger Stein direkt in seinem Magen fallen. Es tat weh. Er krümmte sich zusammen und versuchte, seinen Ekel zu beherrschen. Aber es gelang ihm nicht. Wieder erbrach er sich auf den Teller. Und wieder forderte Tobias seine Frau auf, den Zauber zu wiederholen. Was sie tat. Hermine wollte die Augen schließen. Sie wollte weg aus diesem Moment. Aber es gab keinen Ausweg. Sie wollte es nicht wieder spüren. Das Gefühl des Essens, das plötzlich in Snapes Magen war und seinen Bauch nach außen wölbte. Sie wollte den Ekel nicht mehr spüren, das Brennen in seinem Hals. Aber genauso wie Snape es wieder und wieder spüren musste, musste auch sie es. Die Erinnerung ließ sie nicht los. Sie ließ es nicht zu, dass wieder jemand wegschaute. Beim vierten Mal presste Snape sich die kleinen, kalten, klammen Hände auf den Mund, als der Brechreiz ihn überkam. Hermine spürte, wie ihm das Essen den Hals hochstieg, aber schluckte mit tränenden Augen dagegen an. Sein Herz pochte so heftig, dass er es in seinem gesamten Körper spüren konnte. Er konzentrierte sich auf seine Atmung. Jede kleine Unregelmäßigkeit im Luftstrom schien die Brechreize neu anzufachen. Nach ein paar anstrengenden, ruhigen Atemzügen fühlte es sich so an, als würde das Essen unten bleiben. Vorsichtig nahm er die zitternden Hände vom Mund und blinzelte zu seinem Vater hoch. Tobias nickte zufrieden. Das geht doch. Snape schluckte. Schluckte nochmal. Darf ich aufstehen? fragte er hohl. Sein Vater verzog das Gesicht und wischte mit der Hand durch die Luft. Snape zögerte nicht. Er sprang von seinem Stuhl und stürmte auf die Hintertür zu. Draußen wurde er von Sonnenlicht und warmen Wind empfangen. Er lief, so schnell ihn seine Füße trugen, raus aus dem schäbigen Hinterhof seines Elternhauses, direkt auf einen schmalen Weg, der zwischen grauen Häusern hindurch führte. Immer wieder sah er sich über die Schulter um und als das Haus endlich aus seinem Blickfeld verschwunden war, trat er an die Seite, stützte sich einer rauen Fassade eines Hauses ab und erbrach den grauen Brei in einem Gulli. Ihm stand kalter Schweiß auf der Stirn. Sein ganzer Körper bebte. Hermine spülte sein Herzrasen und der Ekel über das, was gerade passiert war, schüttelte ihn so heftig, dass er minutenlang immer wieder anfing zu würgen, obwohl sein Magen schon längst leer war. An dieser Stelle löste die Erinnerung sich endlich auf und entließ Hermine. Sie versuchte gar nicht erst, sich in Snapes Geist zu orientieren, sondern zog sich sofort zurück. Sie wollte raus hier, nur weg, zurück in ihren eigenen Körper, fort von diesen heftigen Körpergefühlen, die aus der Erinnerung hängen geblieben waren. Doch das Ekelgefühl blieb nicht bei Snape. Sie nahm es mit in ihren eigenen Körper und als sie die Augen aufschlug, war es so heftig, dass sie es nicht mehr bis zur Toilette am angrenzenden Bart schaffte. Genau genommen schaffte sie es nicht mal aufzustehen, bevor sich ihr Magen hob. Heftiges Kapitel. Wir sehen uns dann nächste Woche. Am Sonntag auch komisch, jemanden jetzt so aus dem Video zu verabschieden, nach so einer Szene. Ja, dann euch noch einen schönen Sonntag, ne? Tschüss.